So mein Mann und willkommen zu einem neuen Video, willkommen zu Woche 4 aus meinem Ferien-Upload-Mann. Ganz wichtige Sache am Anfang, ziemlich am Ende ist eine kleine Montage drin, an der ich echt lange gesessen habe und deshalb würde ich mich mega freuen, wenn ihr euch das Video mindestens bis dahin anschaut und mir einfach mal ein kleines Feedback zu der Montage in die Kommentare schreibt, weil ich sowas noch nie gemacht habe und einfach mal wissen möchte, ob euch so eine Art gefallen hat oder ob ihr jetzt eher sagen würdet, nicht so euer Ding. Deshalb würde ich sagen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ein kleines Feedback da lasst. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, bis dann, ciao! Willkommen zu einer Runde Timolia One vs. One. Und ich will mal sagen, wir sehen uns in der Runde. So, was kann ich jetzt schon sagen? Der Typ ist behindert und schießt mich mit dem Bogen ab, der ja kein Damage macht. Und der Endstone ist auch behindert. Ähm, also jetzt mal bitte real. Aber der Typ ist doch lost. Der Typ ist sogar schon wieder oben. Und er springt wieder... Also ganz kurz. Der Typ ist doch viel Tade des Fuck, oder? Ah, und jetzt ist er plötzlich da, oder wie? Ja, du Genie. Schieß mich halt ab mit dem Bogen, der kein Damage macht. Voll Idiot. So, vielleicht ist das jetzt kein Typ, der drei Minuten lang von mir wegläuft. Also ganz kurz, wie kann man so retarded sein? Junge, du schießt mich mit dem Bogen ab, der keinen Damage macht, du Kek. Wow. Ich glaube, heute hatte ich bisher keine Nicht-Retards bisher drin. Und ich hatte zwar mal bisher gerade gesagt. Das muss man auch noch mir einmal positiv anmerken. Oh, lol. Der Typ ist krank. Schade. Mal ein Typ, der nicht wegläuft. Mal ein Typ, der was kann. Schade. Nebelstyle Skywarsuit. Warte mal, wir lassen ihn mal seinen Nebelstyle machen. Perfekt, Lightning, Eldragon, Asername. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht darauf warten, dass der eine halbe Stunde lang was abbaut. Ich habe heute nicht so krank viel Zeit. Oh, wenn er sich jetzt hochgibt, dann könnte es noch E-Kläfte sein. Oh, lol, fuck. So, dann. Ah, der Typ schreibt 10 mal E's, oder? Der Typ ist auch guttardet, as fuck, also. Der Typ ist auch guttardet. Wenn ich so drüber nachdenke, zumindest. Oh, finally mal eine andere Map. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich gerne über Like, Aboi, TC freuen und lasst ihn an den Kommentar. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's für heute.